So, mein Name ist meine Folge CD Maker und ich bin hier mit Lisa hinter mir, äh, wieder hier in CD Maker, ja. Und hier, ich hab das Dach gemacht, der Dienes, erkennen Sie das eigenes Haus. Check. Okay, alles verbinden. Ich glaub, das kann ich erst, äh, wenn ich was hab. Barthaus, äh, zwei normale Häuser. Nee. Hab ich was im Briefkasten? Die hab ich nicht, okay. Schade. Hm. Oh, es bleibt gerade nicht. Wieso? Schaut gerade was? Yeah, voll spannend, ey. Ja, okay. Da ist ja noch nach der Bester. Okay, hier. Oh, hier ist Mexiko. Ähm, ja. Postal. Hier, Mixal. Hey. No, no, no. Okay, jetzt ist es so gut. Okay, jetzt ist es so gut. Easy. Wie geil. Wusste ich gar nicht. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. So, ich hoffe, das geht. Noll. Noll. Wie geil. Wie geil ist das denn bitte? Copper, Sand, Feder. Komm, ein bisschen Zucker. Hier, Zucker ins Leben drücken. So, okay. Easy. Wusste ich gar nicht. Okay, ich mache da zwei Äpfel rein. Alter, schon cool. So, bis Nacht. Und bevor ich es vergesse, wieder verspauen, habe ich auf Kingsfueh gemacht. Ähm... Okay, egal. Ähm, ja. Ich, äh, entschuldige mich, Millionen mal, ähm, für das Rauschen im Hintergrund. Ich habe meine Kopfhörer im Moment immer noch nicht. Ja, das ist schon ein kleines Problem. Ja, das ist schon ein kleines Problem. So, das ist schon ein kleines Problem. So, das ist schon ein kleines Problem. So, das ist schon ein kleines Problem. Oh, ja. Weil ich hier so schnell hinkriege, egal. Sorry Leute, das muss sein. Okay. Okay, perfekt. Ich hatte nichts an, okay. So. Ich glaube, von welchem Mod ist das? Keine Ahnung. Herzendinger. 3 Äpfel. Okay. So. Ich müsste es locken. Echt? Also ganz ehrlich. Ich muss es locken. Reicht mir nicht. Ja, da nix. Okay, gut. So Leute, ja, das war grad wieder ein Hausupdate. Wird für die Tür? Ne. Ja, äh, Warteaufnahme geht erst 5 Minuten. Okay. Okay. In den Oven. Ey, in den Oven. Habe nichts reingetan. Kugelglas. Was kommt ins Kugelglas? Ey, du guckst mich jetzt nicht so gut an. Kleine Schlange. Ähm, was kommt ins Kugelglas? Hä? WTF? Achso, ist ein anderer Mod. Okay, schade. Wäre auch viel zu schön gewesen. So. Okay. Statt und Farb. Boah. Das ist... Also, Feld kann ich theoretisch machen. Ja, brauche ich machen Feld. So, hier erstmal zu machen. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom. Okay, hier fehlen immer noch welche. Egal. Egal, egal. Hier begann ein Poster. Natürlich kein... Kein Platz. Ja. So. Ähm. Okay. Was kann ich mir holen? Alter. 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 Wow. Okay. Hä? Das geht eigentlich für einen. 48. Einen. Achso. Mann. Ich kann die Rezepte nicht sehen. Ähm. Ja. Jetzt kommt noch. Okay. Also. Oh. Ich hab keine Eisen mehr. Stein. Ich hab keinen Stein mehr. L-O-L-L-L-L-L. Ich hab nicht weh. Aua. Ihh. Irgendwas mach ich mich? Äh. Ja. Jetzt bin ich im Ryper. Ja, da, 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 da. Ich bin mein kleiner Krieger. Easy. Und die Typen hier, die erkenne ich glaube ich gar nicht. Wieso? So. So. Hier, einmal das. Okay, perfekt. Also Leute, ich denke jetzt ist, äh, der Ding schon da. Ähm, für Alverslandet. Ich weiß nicht, ihr habt die Feedback hinterlassen. Meine Hand sieht ein bisschen, aber nur ein bisschen komisch ab. Warte, wie laufen normale Krieger? Ja, genau so. Ne, keine Oma. Ok, ok, ok. Ding, ding. Oh, du. Ja, die machen manchmal fast bumm. Okay, so. Ah, ne, 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 ne. So, Leute. Ah, ne. Oh mein Gott, das ist kein Update! Geil! Alter, voll geil! Geil! Okay, erst mal ein Mal machen! Oder nicht! Jetzt wird Gold! Oh! Was wird's machen? Ist der jetzt ein Bug? Ne, ist es nicht! Ähm, so! Gott! He ours share! He e E Wa捱 point and Du 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 du… Du 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 dumm! Ja, voll cool. Ich hab keine Hand. Ja, der ist eigentlich echt voll cool. Ja, du brauchst halt zwei Blecke, okay. Dann werde ich eben den Linker-Turbel. So, okay, zehn Minuten schon. Okay, Leute, ziehen wir euch sofort wieder auf. Also, ich wünsche euch aus dem Turbel-Monus einen schönen Tag. Macht keine Karte, ich hoffe, es wäre euch im nächsten Video. Ja, bis dahin, see you.